doch wir haben hier miteinander auch schon gespielt peter peter bis jetzt auf dem server bis auf dem server der war richtig geil der war super lustig ja das war richtig geil Manchmal sprudeln die Witze einfach aus mir raus. So einmal die Woche. Alles ruhig. Ich hab gar nicht zugehört. Hallo Leute! Geil! Das hat man doppelt gehört. Jaaa. Was war das? Überhaupt. Was denn? Das war ich. Und hab alle neune. Achso. Das ist doch Bowling. Stimmt, das kann man ja tatsächlich äh... Hey, der Kevin hat doch eh mal zu mir gesagt. Was denn? Ja, ich weiß ja nicht mehr. Heeeh. 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 Hat der Peters denn jetzt langsamer... Ach ne, hat er nicht. Heeeh. 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 Dann ist er. Der dürfte sich eigentlich nicht wieder aufstellen. Weil der hat ja die Säge gekauft, ne? Wie lange ist noch warten? Lieber noch warten. Hier kommt ne Bowlingkugeln auf mich zugefahren. Oha. Die ist mir voll an den Knössl geballert. Glaube ich. Weiß ich nicht. Okay, also... Pascal war der Erste. allerdings sonst noch da erlebt er noch du bist du bist weil du die einzige bist die noch lebt kevin ist auch noch da sagte nichts überlegen wo stefan gerade eben gewesen ist als ich gemeint habe sabrina was von dir wollte wenn ich habe fast umgebracht weil der oft mit der säge auch nicht losgegangen ist ja keine sorge das habe ich gesehen aber auch gesehen dass er traiter ist über alles im bild ich glaube sabrina ist ja ja danke bohling kugel ich weiß was da ist der trailer tester ist kaputt das heißt ich weiß glaube ich wo sabrina ist ja hallo ja ich habe es gemerkt ich wusste ja nicht wer es ist ja 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 genau das wollte ich nämlich fragen weil ich habe die tür zu gehen sehen aber ich kann nämlich nicht ob du es möglich war ich ach du scheiße ach du scheiße hier ist ein typ mit einem künstlichen bein ja bring ihn um ja das muss ein roboter sein ja weißt du weißt du wo die pinball automaten sind ja guck mal da draußen da stehen soldaten ja 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 die stehen immer da warum ist die alte da eigentlich in der küche wo die bränen keine ahnung hinter der kegelbahn bin ich glaube ich habe es gesehen ich stehe über leute um mich nicht mal da hart peter ist wenn man den in den kopf schießt dann sterben ehrlich ja wirklich was wenn man den leuten die rumstehen in den kopf schießt dann sterben die ach so weiß ich nicht ich habe nur den kopf probieren warum ist peter tot weiß es nicht das kann ich dir nicht sagen ich bin auf dem weg hier raus ich bin eigentlich du warst das nicht kevin stefan eigentlich schatz ja du bist der letzte der den peter lebend gesehen hat glaube ich ich habe noch gar keinen von euch gesehen ich hänge hinter der kegelbahn fest aber du hast doch gesagt er soll da hinkommen der peter und soll dann gucken wieso hängst du denn hinter der kegelbahn fest ich kann den weg nicht kannte ich habe da alle türen aufgemacht räume gekommen ich glaubte nicht wo ist stefan eigentlich ja habe ich doch jetzt auch zum thema gefragt ein moment ich muss mal gerade gucken ob ich tatsächlich aufnehmen das wäre natürlich blöd nenne ich nehme auf also das ist mir total bin ich nicht mal was zum problem oder war hat man man ja nein okay das war ein p für pascal ja peter fängt auch mit p an peter ist aber schon hier also denn hier die alex hatten wir die schon mal gefunden weiß es nicht auf jeden fall ist das die alle die ist gestorben mit einer pune also in der ecke haben wir uns mal treffen du sagst mir nur von hat von der ecke du willst gar nicht dass ich zu dir komme dazu zu mir kommt wirklich wirklich nicht auf der rechten seite ganz rechts in der ecke da liegt die alex ja das kann ich dir sagen bitte so wirst du jetzt woanders bei dingen bei dingen ja das ist schon so gut ja also ich habe blut an der wand leute wollte es jetzt echt so spannend machen dass mich gerade wirklich nicht nicht gesehen oder ich habe dich wirklich nicht gesehen wenn ich jetzt an dir vorbei gelaufen und du sie machst noch nicht mal irgendwas also da warst du noch nicht ich bin doch ich habe doch mit der augen weißt du hast schon kriegt faszinierend ich meine deine zeit läuft ab mir soll es egal ich rede nur mit dir und sagt dass ich hier bin auf dich warte und ich gesehen habe wo du nah dran bist ist aber warte denn ich bin geduldig bin ich jetzt wieder vorbeigelaufen oder was oder wieso lachen die oder es ist nur darum die spielen aneinander rum ganz viel ja kevin dass du dir das gerne vorstellst alter nein nein wir schicken wir gerade ein video live stream ja das war knapp ich wollte ich wollte ihre weg blockieren dann hätte ich dich direkt wieder platt gemacht wieder platt gemacht gefährlich ja ja schon mutig und ja das ist richtig mutig also ich hätte mich dann nicht das war berechtigt das war berechtigt ich weiß warum ein moment ich muss mir mal eben etwas zu trinken ein sabrinas trader ganz ehrlich trader getränk trader trading ich hätte gedacht hat er doch mal so lustig ist ich habe den typen gefunden mit dem ich bin da gerade vorbeigelaufen und ich bin da gerade vorbeigelaufen und was war das einfach ist ja ich lebe noch alle rein brennt schon wieder ich fahre es nicht was kann es von mir pascal ist von explodiert nicht ich bin da ein fass oder was weiß ich nicht ich habe keins gesehen ich schieße auf die fesse ok das war gut leute ja stefan ja hä hä ja wie wie ja die hat gesagt du bist es ja so können wir sagen und er passt auch der peter ist im trader shop ich sag dir das peter hat der peter in der peter ist ein bester sagt der peter soll die gong aber das hat gesagt hast du umgebracht ja habe ich auch nicht gehört aber ja wer aber der stand da so rum und ich wusste das nicht weil man das wahrscheinlich nicht gehört hatte und dann dachte ich so weißt du was sonst warte ich immer so lange ja dann war doch und dann habe ich ihn doch umgebracht und jetzt war irgendwie das war übrigens hört ihr mich ne hört ihr mich hallo ja jetzt hören wir dich ab Punkt 1 ich hatte es gesagt ihr habt aber nicht Platz Punkt 2 ich bleib niemals für einen trader shop stehen ok peter ist also immer trader das heißt wie der pascal die map ist für mich nicht über deswegen ich bin mit pascal in einem raum bleiben lass mich hier raus lass mich hier raus bitte lass mich hier einfach nur raus ich erschieß dich wenn du mich nicht raus lässt 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ok was kann ich meine katze Pascal ist tot Pascal ist tot damit man die aber streicheln kann man sich erstmal leer geschossen werden die katze die ich gerade hatte hallo sabrina willst du mich jetzt wieder töten bist du später nein wolltest du gerade in den trader ding nö raum in dem trader ding ah ich sehe Schüsse er sieht Schüsse geil gräuel gräuel lalalalalala Kevin warum nimmst du nicht wieder den hautständer da rollt man mal den hautständer nicht hä du hast ihn doch voll aufgenommen hautständer zum teil ha 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 mega gut ich liebe dieses wort alter sabo ich glaube der ist was passiert ich glaube die bowlingkugel als hab dich abgesehen Pascal genauso wie der Thomas ist auch nicht abgesehen hat bing bong bing bong voll weg genutzt alle abgesehen abgesehen der Thomas war nur eine Ablenkung und 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 wieder nur irgendwo und alter ey ja jetzt kann ich raus irgendwas ich sehe Kevin was hat die graust hat hat die karton gebraucht raush 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 herzscholm kevin he le kaffee kevin 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 he he Hau ab! Geh weg! Peter! Du auch! Geh weg! Kevin! 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 Was ist los? Was? Nein, 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 nein! Pass auf! Hör zu! Hör zu! Pass auf! Ihr hattet's gerade gerauscht! Was? Ihr hattet's gerade gerauscht! Was? Ihr hattet's gerade gerauscht! Warum ist die Sau da so hergeschätzt? Weil die wahrscheinlich... Die ist einfach explodiert! Ich war's wirklich nicht! Doch, du warst es! Nein! Okay, Pascal ist es und Stefan vielleicht... Hä? Ups! Wie war's nicht! Ich hab gerade irgendwo auf den Mann ausgeschossen gemacht! Sabrina! Okay, die ist auch tot! Oh, 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 ich kann ja ein bisschen laufen! Ein bisschen laufen ist gut! Ja... Also sagen wir mal so, ich sehe alles zeitversetzt! Mhm, mhm, mhm! Jetzt gerade habe ich gesagt, ich wollte um die Ecke gehen, war wieder im Raum drin! Also ich vertraue mich jetzt schon tot oder... Was vertraue ich niemandem? ist tot sag ich doch so muss ich auch noch traiter spielen so dann haben wir jetzt noch einen ich bestelle ihn mal für protokoll wer liegt hier hat aber nicht geklappt er hatte das glück der sich nachladen musste sonst wäre er schon direkt weg gewesen achtung wer ist ein werk das wohl das war eine trader falle glaube ich also zumindest kann man da hinten wo die alte da steht du gerade erschossen hast kann man auch eine trader falle auslösen wir müssen auch nach oben gucken da können wir nämlich auch sein ja das ist eine trader und trade auf waffe das ist eine trader die heißt prop disgust wie heißt sie prop disgust das ist so ein männchen das hat ein bübchen an prop disgust das ist nicht prop disgust jetzt will ich auch traiter sein ich stand da so als fass gestandet beim peter und da habe ich die die brandgranate zu euch gespielt das ist nämlich schnell wieder ein fass ja ja das ist und ich dachte so hä das war das jetzt wo ich dich entdeckt habe ist das dann einfach weg gewesen oder wie bleibt 20 sekunden und da musst du dich neu verwandeln konnte ich mich nicht neu verwandeln da stand irgendwas von wegen fünf sekunden ich glaube ich muss fünf sekunden unentdeckt bleiben wer ist doch hier jetzt irgendwie ist doch hier gerade wieder leben verloren oder was lustig ich gebe dir mal ich habe den ersten versuch ich habe den ersten auch zu brennen was okay die tür darf man nicht anfassen als klar ist jetzt geschützt hinter dem glas jetzt kann ich ja gar nicht mehr töten irgendjemand hat die twitterfalle ausgelöst wer war wir stellen uns in eine reihe damit ich habe alle da hingekommen ich war gar nicht immer gar nicht hier ich war gar nicht hier als du das gesagt hast eigentlich waren nur ihr beide da ja ich bin schon so da dass er gleich den thomas zücken könnte nee den hätte ich schon gezückt nee jetzt klar nicht du hast heute schon mal so lange gewartet am Arsch wasser ist wieder auf dem flott den vor okay aber ich bin es nicht ich gehe ich probier es so erst was ist der los wieso läuft die weg von oh wer echt stefan ja will ich den pink einmal helfen ja und ihr macht alles kaputt ihr werdet eigentlich schon lange tot ich habe die falsche trader waffe ausgelöst äh ausgelöst es ist natürlich die mapp mein Lieblings mapp gar nicht mehr da meinst du titanik titanik ist unten Muffin City Muffin City ist aber auch mit Hochhäusern ne ach Muffin City ach Muffin City ah aber das klingt so cool das ist aber auch cool ach so ja aber das ist die die ja ich glaube doch die ist ganz cool da kann man nicht so gut runterfallen bis zur nächsten Folge tschüss 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 tschüss